Ich kann ja nicht durchschießen. Unkaputtbar, Glas. Das finde ich nicht gut. Okay, Munition. Nee. Sonst doch was? Irgendein Empfangskomitee? Auf jeden Fall. Die wurden gerade abgeladen. Das heißt also, es gibt nicht nur eine Basis. Da kommen sie schon. Turok, du bist eine miese Dreckser, weißt du das? Wenn du es nur noch treffen würdest. Der steht wieder auf. Ich halte auf den Kopf. Gott, oh Gott. Ja, wie du die Freude hast. Komm schon. Los, Entdeckung! Bitte bleib es auch liegen. Achtung! Mama. Das ist bestimmt hier unten irgendwo. Dort. Dort werden sie rumlaufen. Okay. Okay. Ah, da haben wir sie schon. Sie sehen mich. Da ist er. Oh Mann, die haben so viel Leben. Es ist... Hallo? Geht doch. Na ja, ein bisschen Munition aufsammeln. Und zuerst mal auf die andere Seite hier. Okay, hier nämlich. Gibt es bestimmt wieder irgendwas als Granaten. Ich habe mich ja vermisst. Was haben wir hier? Was ist das hier? Was ist das? Na ja. Ich kann es wahrscheinlich nicht benutzen. Okay, Granaten sind immer gut. Da bist du ja! Oh, du bist das Sprügelklopft von... Du bist so cool sein, wo dein Kumpel zu Hause mich treffen. Bist du mich treffen? Oh Gott, oh Gott! Aber ich... Hallöchen! Turok, du musst immer wieder nachladen, wenn es nicht sein... Muss... Mama? Oh-ho-ho-ho! Extra-pflugel-boah-la-la-la. Wie nennt man es nochmal, gratis-pflug? Aus-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Das war gerade ziemlich hoch. Oh Gott, ich sprühe mir nicht. sehen überhaupt nicht so dass ich wusste es kommt schon geht doch endlich dauern die halten mir zu viel aus die werten herrschaften herrschaften werten herrschaften ich habe ich auf einem herd mit einem herd arbeiten würde hier die werten herrschaften ja klar die sprache durch das kommt jetzt zwar mehr ist und ich sehe ist das war ein fehler ich habe den buch geschossen hat hallo hat 9 weiter geht weiter es weiter darauf hat einfach nur darauf als er acrobat Woa, wow. Ungesund. Munition ist immer gut. So, und jetzt abklappern. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Es hört sich ziemlich futuristisch an. So, oh, Star Wars, überall Laser. Es kommt gleich Darth Vader um die Ecke gehupft. Ich bin dein Vater. Nein! Oder Kane ist unser Vater. Oh mein Gott. Wo kommst du her? Hallo, ich seh dich. Du mich jetzt nicht mehr. Und da ist noch mal einer. Ich seh dich. Da ist er. Dauern. Okay. Da gibt es sowas wie eine Leiter. Nicht gut. Ich seh dich. Wieso sehen die mich? Immer? Und verstecken sich dann. Soll ich da hoch? Ich geh mal da hoch. Und verstecken sich dann sonst wo? Wo ich sie auf jeden Fall finden kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr echt blöd seid. Na, ich muss immer noch unten und die Munition da hinten einsammeln. Okay. Okay. Es geht weiter. Haben wir hier noch einen Kandidaten? Oh, boah. Geh, Deckung! Wir wiederholen uns alle. Wir haben alle dieselben Sprüche drauf. Da, 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 da. Wer da steht, will da auf. Ich packe es nicht. Willst du liegen bleiben? Ich frage dich. In Deckung! Für dich oder für mich? Das wollte ich dich gerade fragen. Dann tu das. Ich warte hier. Wo bleibt eure Verstärkung? Es ist langweilig. Ich muss hier weiter machen. Beziehungsweise... Ich will hier weitermachen. Kommt ihr wer? Nein. Waffen, Waffen, Waffen. Muni, 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 Muni. Der Pussy! Mama, überall Benzinfässer. Das ist überhaupt nicht gut. Ach, da ist er. Da sind sie. Oh, da sind sie auch. Oh, es sind so viele. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, der hier links, den habe ich hier in der Tasche. Ah, der hat er sich versteckt. Wie lange man da drauf halten muss, bis die einen Löffel abge... Oh, Gott. Ist mein Lieblingswort, glaube ich sogar. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Mama! Wie, die treffen und ich nicht? Komm schon! Wo ist der? Carmen, geht's am! Oh? Cool. Ähm, Muni. Oh! Ich! Wo? Da, da oben! Da! Komm schon! Ich treffe dich zur Abwechslung! Oh, nein! Ein Fuck Regen! Ich werde immer mit Leuchtspuren geschossen schießen müssen. Willst du liegen bleiben? Ich frage dich. Willst du nicht noch mal aufstehen? Okay, cool. Ähm. Ich darf mal weiter. weiter. Und zwar gehe ich jetzt mal da hinten an. Und, äh, ja. Gibt ihr was? Die Kiste? Kann ich sie öffnen? Ich würde sie gerne öffnen. Die Kiste. Schloss. Geh auf. Schloss. Ich will nicht aufmachen. Kiste. Naja. Es geht nicht. Schade. Ähm. Warum kann ich jetzt nicht mehr? Hallo? Ich würde... Turok. Verarsch mich nicht. Okay. Man muss dazu Anlauf nehmen. Oh. Okay. Dann geh doch runter. Hallo? Abwechslung treffe ich auch mal. Und, oh, ducken, ducken, ducken und schießen und draufhalten. Kommt da noch wer? Okay, ich darf mal weiter. Ich werde es hören, wenn jemand jemand auf mich schießt. Okay. Niemand. Achtung! Er hat eine Waffe! Oh, nach oben! Hilfe, 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 ich werde sterben. Nein! Ich bin am Sterben. Oh Gott! Von wo? Von da? Äh, beziehungsweise hier. Äh, hallo? Wo bist du? Hä? Wuhu! Da? Nein! Hm! Ihr seid strange! Gebt euch zu erkennen! Muss ich euch halt holen kommen! La, 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 la. Wow, komische Maschinerie hier. Cool. Gibt's hier noch was? Oh mein Gott! Yeah! Pfeile! Pfeile sind immer gut. Okay, hier geht es wieder runter. Dann bündet sich auch die Leiter. Und nach unten. Und jetzt müssen wir auch mal wieder weiterkommen. Beziehungsweise da vorne im Korridor würde ich dann am liebsten cutten und mich bis dahin mal verabschieden. Wir haben Füße. Das ist so cool. Und wir haben den Schatten, ja. Ja, wenn ihr wollt, dann schaltet bitte jetzt nichts mehr wieder ein. Wenn es wieder heiß ist, let's play. Turok mit Frau Goggi. Alrighty then.